Musik In weiß-schwarzer Spielkleidung unsere Gäste vom BFC Preußen wie folgt. Im Tor mit der Nummer 1 Janik Lütke, mit der Nummer 2 Emre Demje, Trainer. Und damit begrüßen wir auch ganz herzlich Liko Klakowski, der hier am Donau-Steig noch ein alter Bekannter ist. Nein, beim Eindruck nicht mehr. Feuer! Brand, Brand, Brand! Ich hält es ja überhaupt nicht aus. Gut, leider gut! Schuh, schneller, 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 schneller. Oh, oh, oh! Dann zieht der Rund weg! Sie zieht der Bayern weg! Geil, kommt alle so weiter, komm! Jetzt legt die Trophäe, ich lasse ihr ein gutes Spiel machen, es ist ja weiter, weiter, komm! 29. Spielminute. Unsere Gäste vom BFC Preußen gehen in Führung. Oh Gott, ich erzähle daran, wie auch schon mal ein Mann ist. 30. Spielminute. Ja! 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 Mein Gott, mein Gott! Mann, mein Gott, 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 Horsi, Horsi, Horsi! Horsi, 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 Horsi! Horsi, 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 Horsi Das war die falsche Entscheidung. 8.08, 6. Spielminute, Neujahrsspielstand 0 zu 4. Ja, liebe Fußballfreunde, das war der Schlusspfiff im heutigen Pokalspiel der ersten Hauptrunde im AOK-Landespokal-Berlin, Endstand der Begegnung zwischen AEC 08 und AEC 08. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.